Ostfriesen TV sucht wieder einen Ort in Ostfriesland. Dieses Mal liegt er im Landkreis Aurich. Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde er 1408. Entstanden ist der Ort aber schon im 9. Jahrhundert als Handelssiedlung. Im Laufe der Zeit spielte der Handel dann eine immer kleinere Rolle. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es hier dann neben Landwirtschaft vor allem Handwerk. Deswegen steht hier auch seit 1856 eine Mühle. Heute befindet sich in dem Galerie Holländer ein Museum von Norddeich Radio. Die Kirche in der Ortsmitte stammt aus dem 12. Jahrhundert. Mit ihrem Glockenturm und den dazugehörigen Gebäuden gilt sie als der am besten erhaltene Kirchenkomplex in Ostfriesland. So liebe Zuschauer, jetzt sind Sie wieder gefragt. Welchen Ort suchen wir dieses Mal?